ein wunderschön liebe freunde hier ist der chris und heute gibt es ein weiteres video über den dji mavic pro und zwar gehen wir heute raus werden ein bisschen filmen und ich nehme euch mit aktuell ich zeige euch gerade mal hier ich lade hier gerade noch die akkus da wird jetzt noch einer geladen und wenn das erledigt ist dann kommt alles hier in die tasche rein was das für ein koffer ist das kann ich euch ja noch mal schnell unten in die video beschreibung schreiben ja dann geht es jetzt los wir starten gehen ein bisschen aufs feld und fliegen ein bisschen mit dem dji mavic pro ich nehme euch mit also auf geht's so so wow so jetzt habt ihr ein paar filme gesehen oder beziehungsweise ein paar videos gesehen wie ich mit der drohne gefilmt habe wie gesagt es war brutal windig ich habe zwei akkus durch gehauen ich schätze ungefähr flugzeit 40 minuten 45 minuten aber es funktioniert also selbst bei starkem wind ich habe jetzt verschiedene aufnahme modi mal ausprobiert point of interest etc pp funktioniert mega geil ich hoffe dass euch das video gefallen hat ich habe noch ein anderes video da sprechen ein bisschen über die drohne da klickt ihr jetzt einfach mal oben links also hier quasi da und ja vielen dank dass ihr dieses video geschaut habt abonniert meinen kanal gebt daumen nach oben und macht's gut bis zum nächsten mal